hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge diablo 4 so ich will mal gucken ob das jetzt noch mal triggert ja ja bla 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 wenn du die stadt verlässt ja haben wir die stadt jetzt verlassen jetzt haben wir die stadt verlassen ziehen wir da noch mal hin warte mal so jetzt will ich jetzt dahin reisen wo war das jetzt noch mal hunger und leben wartet hier ja doch helft solaya und jun sich ein neues leben in farobu aufzubauen irgendwie triggert hat nicht mehr also entweder muss ich jetzt noch mal gucken ob ich das noch mal ein baue oder guckt einfach noch mal die letzte folge den den letzte stücke da dann hört er ja auch kommt nix naja dann ist das so 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 ja ja so laja jun ihr seid aus kuran seid ihr wohl auf alles war in ordnung als wir abgereizt sind aber heute ist sie einfach übergeschnappt ich habe eine idee wie ich sie beruhigen könnte aber ich kann sie so nicht allein lassen vielleicht könnt ihr helfen ich habe ein vorrat mit exotischen heilkräutern in einem versteck deponiert in den höhlen nordwestlich von hier den t daraus mochte jun immer am liebsten vielleicht könnte der duft helfen sie zu entspannen und er sollte ihren magen beruhigen nehmt das füllt es mit den kräutern wenn sie noch da sind bitte beeilt euch bleibt hier ich werde bald zurückkehren die katze überhaupt schon wieder hin so müssen wir jetzt hin ja ach du scheiße da oben irgendwo meine güte kann er dir einfach mal hier um die ecke sein naja gucken wir mal so müssen wir ein bisschen yang machen hier ein bisschen galopp bilden naja da was für ein weg hier hä überall bleibste hängen jetzt soll mit sollte mit dem mit dem nächsten season weg seine gloria mit dem patch sollte ich komme ich war mir nicht so sicher gewesen bin mir immer noch nicht sicher aber gut so was soll man machen füllte das teesiebe mit kräutern und die kräuter finden wir hier oder was hier mitnehmen im dreck hier okay herr zurück wir dies doch das war jetzt einfach 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 ich habe die kräuter gefunden die er braucht ihr seid zurück endlich gibt mir die kräuter ich weiß meine liebe gibt mir nur einen moment um den tee aufzugießen hier union wie fühlt ihr euch guckte mich an ich weiß gar nicht was in mich gefahren ist da war ein geruch und dann dieser ort ihr müsst euch nicht entschuldigen ich habe nie erwartet dass es euch gut geht bei allem was ihr durchgemacht habt trinkt jetzt euren tee ruht euch aus sie scheint sich zu beruhigen fürs erste sobald sie stabiler ist kann ich selbst gehen und mehr kräuter holen danke wartet ich habe noch eine bitte meine tagebücher dort drüben könntet ihr sie mitnehmen bitte bringt sie weit weg von hier ja würde gerne aber die nicht so lange ich in der stadt bin ist doch aber ich soll interagieren hallo kann sie nicht mitnehmen nicht so lange ich in der stadt bin es ist schwierig mit einem neuen season muss ich ja wieder einen neuen charakter anfangen season 1 ist ja schon habe ich ja schon kann ich nicht die ist abgeschlossen die aufgabe aber ich kann sie nicht mitnehmen nicht so lange ich in der stadt bin warte mal kurz google mal diablo 4 wie heißen die dinger da tige bücher da warte warte Can't pick up. Okay, wir haben eine ernste Menge hier. Aber hier hat keiner... Eine ganze Menge. Juli 23, also im Juli. Das ist noch gar nicht so lange her. Aber ich glaube, da gibt es hier keinen... Ja. Da passiert nichts mehr hier. Juli. Juni, Juli, August. Die ersten kommen jetzt August hier. August, August, August. So, dann sind wir hier schon vor dem Tag. Ich sag mal, ey, von Juli oder Juni, Juli? Ne, Juli. Vom 19. Juli bis zum 10. Oktober. Wir haben heute den 14. Ach nee, dann ist es ja hier... Ich sag mal, am 12. oder 13. Oktober passiert hier gar nichts. Das ist ein bisschen lame, muss ich sagen. Das geht gar nicht. Weil es kann ja sein, dass das jetzt hier wieder eine Aufgabe ist, die wegzubringen. Und ich finde es hier so ein bisschen bedenklich. Na gut, können wir nicht ändern. Machen wir erstmal das hier, vergraben. Na, glaube, wo ist das? Hier hinten irgendwo. Und dafür gehen wir hier hin. Ja, finde ich ein bisschen... Also... Das sind drei Monate. Die haben es nicht geschafft, in drei Monaten oder zwei, drei Monaten, das zu fixen. Wie kann sowas sein? Und ich glaube nicht, dass das... Also, warte ich da jetzt, das ging ja ziemlich lang. Das ist also ein ziemlich weit verbreiteter. Es gibt ja auch manchmal so Bugs, die haben nur einige und nicht alle. Manche Bugs lassen sich ja dann durch Reload oder so wieder beheben. So war das zum Beispiel bei Cyberpunk, hatte ich etliche gehabt. Seit 2.0. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Und, ja. Ich sag mal, solange das geht, ist ja alles in Ordnung. Dann machst du mal kurz Quick Save, Quick Load und fertig ist. Aber so weit hier geht ja nicht. So, irgendwelche Aufgaben noch in der Nähe? Nee. Finde den Zocker Ruhm Wegweiser. So. So. Wo ist der Wegweiser? Wegweiser. So, wir sind erstmal hier angekommen, wo wir hinwollen. Wir können ja mal den Dungeon hier noch machen. Beziehungsweise den... ...den Keller. Gehen wir da mal rein. Oh, das ist eine Höhle. Kein Keller. Das ist eine Höhle. Das ist eine Höhle. Das ist eine Höhle. Ich weiß ja nicht, ob das damals... Ob ich das damals überhaupt die Macht habe, den Tagebüchern. Kommt mir jetzt... Ich weiß das... Ich glaube, die liegen damals auch schon nicht. Ich brauche mehr Zeit. So, hätten wir abgeschlossen. Ihr habt bloß eine kleine Truhe. Das ist ja nicht so dolle hier, ne? Das ist ja immer richtig... ...Schittendreck. Das ist scheiße. Ich bin extra hier... ...jetzt bin ich extra hier abgebogen. Hierin gegangen. Nur um das jetzt zu machen. Und dann eine harbe Enttäuschung zu erleben. So, wir sollen hier... ...finde den Zacker-Rum-Wegweiser. Wo ist denn der Zacker-Rum? Hier ist er nicht. Der ist bestimmt da oben in dieser Ecke. Hier so drinnen. Hier, hier, da... ...der Nische hier. Hier so. Ne, oh ne. Hier ist er. So, was steht hier? Dem Licht entgegen, wo die Spuren... ...unserer Torheit auf verschlungenen Pfaden wandeln. Ne, wandern. Such den erhabenen Ort. Okay. Sollst du mich duzen? So, auf der Minimap... ...kreisen wir jetzt diesen... ...Penis? Na nun. Stimmt hier oben. Hier waren wir schon mal gewesen. Oh, so. Sollte vielleicht nicht... ...die Küste hinauf... ...wo wir Zeuge wurden... ...wie unsere tapferen Kreuzritter... ...in die westlichen Länder aufbrachen. Okay, 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 okay. Ja, ist ja gut. Wir machen hier schon. So, dann galoppeln wir mal schnell da rüber. Warum ist hier... ...n... ...n... So, dann haben wir hier... ...seltsame Schriftrolle. Eine unheilvolle Energie geht davon aus. Ihr, die ihr den Pfad gefolgt seid... ...sprecht die Worte der Macht... ...die das Licht euch gegeben hat... ...und tretet in Kontakt mit dem Göttlichen. Die Worte sind in einer seltsamen Schrift verfasst... ...und scheinen sich auf dem Papier zu bewegen. Ja, ja, war ja klar. War ja so klar. Natürlich. So, okay. Das hätten wir auch. Dann können wir mal die Dinger hier austüdeln hier. Alles klar. Gut. Dann haben wir hier eigentlich alles fertig. Druckenstepper haben wir soweit durch. Jetzt müssten eigentlich noch... ...sechs Aufgaben müssten jetzt hier noch irgendwo sein. Aber wo sind denn hier sechs Aufgaben? Der Onox-Turm. Katbardo, da waren wir schon die Wesen. Da war auch nichts hier. Hier sind wir... ...hier wartet mit den Tagebüchern. Das könnte vielleicht ehn davon sein. Das hat jetzt nicht funktioniert, aber... Ich könnte jetzt noch mal probieren, aber... ...große Hoffnung, da geht es dann nicht. Ich kann auch jetzt mit den beiden hier nicht reden. Wie gesagt, hier hast du interagieren, aber hier passiert nichts. Na gut. Was haben wir denn jetzt hier als Nächste zu tun? Wir sollen jetzt wohin? Kejistan war das. Hier unten war das. Genau. Dann würde ich sagen... Entschuldigung. Wir gehen mal zur Grenze nach Kejistan. Kejistan. Und dann gucken wir mal. Ist hier vielleicht noch eine Aufgabe, die uns hier noch zufällt. Dann würde ich sagen, holen wir Alcanus. Als nächstes. Ich habe ein scheiß Frosch im Hals. Warum ist der? Wo kommt der her? Nicht so lange ich in der Stadt bin. Naja. Dann geh doch raus aus der Stadt. Mensch, Mädchen. Man nimmt mal alles so kompliziert hier. So, wir sind jetzt in Kejistan. Da sind ein ernstes Menge Aufgaben. Habt ihr euch gesehen? Die gehen jetzt schon los. Naja. Wir gucken mal. Was haben wir hier? Na komm, machen wir mit. Machen wir mit. Ich habe keine Essenz mehr. Mir fehlt die nötige Essenz. Ich bin noch nicht bereit. Das ist ein Massaker hier, Alter. Sehr gut. Das ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin. Ein bisschen was. So, okay. Dann galoppeln wir mal darüber. Dieser Ort stinkt nach... Was ist das? Oh, ah. Das ist ganz schön was los hier. Wir müssen jetzt wieder mal gucken, wie wir die eulen Dinger hier loswerden. Hier ist irgendwo Bossfight. Aber wir gucken erst mal rein. Aber wir gucken erst mal rein hier. Ah, das ist die alte... Verrückte Chirurin. Verrückte Chirurin. Ein Eindringling. Ich bin so nah. 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 Okay. Ich bin so nah. Ich bin so nah. Ich bin so nah. Ich bin so nah. Ich brauche mehr Essenz. Ich bin so nah. 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 Sie widersetzt sich dem Gleichgewicht. Ich muss jede Spur ihrer Arbeit vernichten. Naja. Die Forschung ist fast beendet. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin so nah. Ich bin so nah. Ich bin so nah. Wilder heilige scheiße das ist hier aber die waldfee so du bist jetzt mal hier ruhig wo ist der letzte hallo hallo so viele leichen wo kommen denn die alle her ich bin noch nicht bereit da kommt aber nein ich brauche mehr essenz heilige so ist jetzt hier bald mal ruhe meine güte holy shit holy shit so fünf sekunden dann haben wir auch wieder den knochensturm voll schönen schädeljappet hier sehr schön rinder in die jute stuhe und dann ziehe halt dann nochmal dran ich brauche mehr essenz ich bin noch nicht bereit ich habe keine essenz mehr dann mädchen mach hin jetzt hier ja Ich glaube, er war ein bisschen zu früh gewesen, oder? Oh, sieh schlipper jetzt. Da. Ich habe keine Essenz mehr. Er hat keine Essenzen mehr. Ja, keine Essenzen mehr. Das füllt sich denn aber auch nicht auf in der Zeit, weißt du? Wenn sie hier nichts machen. Ja, Herr Krebel, Erna stirbt doch endlich. Ich habe kaum noch Essenz. Mensch, Mädchen, Alter. Kommen wir schon wieder durcheinander mit den ganzen Tasten hier. Ah, endlich. Es ist getan. Meine Fresse, Erna. Da komme ich so ein bisschen durcheinander hier manchmal mit den Tasten. Oh, Paracord-Punkte erhalten. Sehr gut. Gut. Gut, 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 gut. Ich sehe noch, wo man den einsetzen kann. Warte mal, ich glaube, konnte man... Warte mal, ich glaube, konnte man... Ach, Quatsch. So, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt, ja? Hier unten, das haben wir schon. Warte mal, wo sind wir jetzt hier? Hier. Dann den hier, Willenskraft. Dann haben wir hier Willenskraft voll. Schaden, Willenskraft, okay. Gut, ähm, ja. Dann würde ich sagen, tülen wir. Und auch hier hin. Schade, dass hier diese Außenposten... ...oder diese ganzen Sachen hier nicht irgendwie... ...von relevant sind. Dass du denn hier irgendwie noch Wegpunkte hast und Aufgaben denn da... Naja. Was soll das? Waren hier nicht Aufgaben gewesen, wo ich hier ankam? Hier ist eine Aufgabe. Da sind Aufgaben. Ich sage nicht, was jetzt passiert, wenn ich hier auslogge. Was soll das? Es soll ich hier nicht auch liegen. Ich sage nicht. Ich sage nicht. Das ist zu langt, dass ich die Scout, dass du das zumagembrechst Presse das ausg забucht bin. Ich sage nicht, was dann auch Palakon Angela zurück. Die 78% ist lil um sieb Jut! Länge Leute hier. Ah, wie ist aber Dicke jetzt hier hin? Darauf geschissen. Warum nimmt er den kürzesten Weg? Wer fällt ein hier? Die sind schon wieder. Wir holen uns jetzt hier den Wegpunkt und dann gucken wir mal. Jut, Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss und wir werden dann hier in der nächsten Folge weitermachen und ich glaube, ich werde dann auf jeden Fall erstmal die Hauptqueste machen und bis dahin haltet die Ohren steif und tülüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü